Ich lerne Deutsch. Nummer 12813 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wo hast du dein Fahrrad geparkt? Ist es hier in der Nähe? Wo hast du dein Fahrrad geparkt? Ist es hier in der Nähe? Wo hast du dein Fahrrad geparkt? Ist es hier in der Nähe? Farben und Materialien im Schlafzimmer sollten entspannend und beruhigend wirken. Farben und Materialien im Schlafzimmer sollten entspannend und beruhigend wirken. Der Flohmarkt ist ein Ort der Freude, denn es macht Spaß, Neues zu entdecken und Schnäppchen zu machen. Der Flohmarkt ist ein Ort der Freude, denn es macht Spaß, Neues zu entdecken und Schnäppchen zu machen. In dieser brisanten Situation ist äußerste Vorsicht geboten. In dieser brisanten Situation ist äußerste Vorsicht geboten. Sie kann kaum die Augen offen halten und sehnt sich nach einem Nickerchen. Ich habe mein Passwort vergessen und kann mich nicht mehr einloggen. Wohin wollen wir heute fahren? Hast du einen Vorschlag? Wohin wollen wir heute fahren? Hast du einen Vorschlag? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann gib uns die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020